Hallo zusammen, heute werden wir eine der leckersten Speisen der türkischen Küche zubereiten. Gefüllte Weinblätter in Olivenöl. Ich hoffe es gefällt euch. Wir benötigen dafür ein Glas Reis, ein Bund Petersilie, eine Prise Pfefferminz, zwei Zwiebel, Saft einer Zitrone, Olivenöl, schwarzen Pfeffer, Chili-Pfeffer, Salz und Weinblätter. Zum Aufweichen der Weinblätter, damit man damit leichter arbeiten kann, werden sie mit warmes Wasser begossen. Wir hacken die Petersilie in feine Stücke. Die Petersilie fügen wir unserem vorgewaschenen Reis hinzu. Die Pfefferminze hacken wir auch in feine Stücke. Die Zwiebel werden genauso fein zerhackt und zur Füllung hinzugegeben. Mit schwarzem Pfeffer, Chili-Pfeffer und Salz abschmecken. Dann fügen wir Zitronensaft. Und danach Olivenöl hinzu und mischen alles zusammen. Wir nehmen eine kleine Menge von der Füllung und legen sie in die Mitte des Weinblatts. Dann wird es ganz fest in eine Rolle geformt. Damit die Rolle sich nicht auflöst, muss sie wirklich fest sein. Eines nach dem anderen rollen wir die Blätter. Für einen leckeren Beigeschmack kann man in die Füllung auch Johannisbeeren hinzufügen. Die gerollten Weinblätter reihen wir in einen Topf und mit den übrig gebliebenen Weinblättern überdecken wir alles. Dadurch gehen sie beim Kochen nicht auseinander. Danach verteilen wir darüber ungefähr 100 Milliliter Olivenöl. Anschließend geben wir zwei Gläser warmes Wasser hinzu und lassen es kochen. Nachdem das Wasser zu kochen beginnt, drehen wir den Herd auf niedrige Hitze, damit unsere Weinblätter langsam kochen. Dadurch werden sie noch leckerer. Somit sind unsere gefüllten Weinblätter fertig. Ich wünsche guten Appetit!